Moimoi Leute! Hi! Wir sind's live und ungeschminkt. Hi! Wir sind's Vivi und Anna, eure Freund Tropfen und heute geht's um die Auslosung, was auch immer, von den Vlogs. Du meinst die Auswertung. Nein, egal. So, und dann von dem Vlog vom letzten Mal. Ihr habt ihn gesehen mit den geilen Effekten, die Vivi gemacht hat. Ja, danke. So, total geile Effekte. Ja, eigentlich nur so ein total billiger Kram, den es in Camtasia gab, aber hey, es ist toll. Hauptsache etwa. So, und ja, wir haben ein Ergebnis. Es war jetzt nicht lange so gewesen, das Voting, aber wir haben ein Ergebnis. Mhm. Und alle, die sich nicht dazu gemeldet haben, haben nichts zu labern. Ja, also die Ergebnisse, die jetzt gefallen sind, die werden jetzt auch genommen und alle, die nicht mitgevotet haben, tja, die werden jetzt wohl das gucken müssen, was dementsprechend gewonnen hat. Möchtest du vielleicht das erste Ergebnis bekannt geben, Nani da? Und zwar, was wir... Von den Let's Plays. Von den Let's Plays. Und von den Let's Plays hat gewonnen... Raymond 3. Ja, ganz knapp anscheinend, wie Vivi meinte. Schon wieder. Leute, die Kamera hat voll gegaggt. Ey, ich hasse diesen Scheiß. Na egal, aber Vivi meinte halt, dass das Ding ganz knapp... Knä... Knä... Ganz knapp gewonnen hätte. Ja, genau. Ganz knapp gewonnen hätte zu Deponia, soweit ich weiß. Ja, genau. Also, Raymond hat im Voting neun Stimmen bekommen und Deponia sieben, soweit ich weiß. Also, das war echt ne Knabbekiste. Knabbekiste. Äh, über Deponia kann man ja irgendwann nochmal reden, aber jetzt... Also, ich würd' das dann nachmachen. Wir werden mal gucken, ne? Ich würd' das dann einfach danach machen, weil Deponia ist aber... Naja, aber auf jeden Fall, denn über Deponia kann man ja nochmal schnacken und äh... Ja, jetzt ist erstmal Raymond 3. ist dann rein. Da werden wir uns dann auch dementsprechend morgen dann ransetzen, den ganzen Kram aufnehmen und dann habt ihr die nächsten Tage schon was zu kümmern. Und ich spiele. Nana spielt noch. Und ich reg mich immer auf. Und Nana regt dich immer auf. Lustig. Nicht lustig. Naja. Okay. Ne, ja. Jetzt nochmal zum Abospecial zurück. Da gab's ja auch ein kleines Voting. Da haben wir euch nämlich gefragt, was genau möchtet ihr denn gerne für ein Abospecial haben? Und da gab es einen ganz, ganz knappen Gewinner. Knäpp. Ich glaub, das war nur eine Stimmeunterschied oder so. Auf jeden Fall habt ihr euch letztendlich für das Fun-Video entschieden. Heißt, wir machen irgendwie so ein lustiges Video und so. Und da werden wir uns dann demnächst an das Skript ransetzen. Wir wissen zwar noch nicht genau, was wir machen werden, aber wir werden was machen. Ja. Ja. So ist das nun mal, liebe Kinder. Hashtag Nana verrecken. Ja. 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 Ah. Okay, das ist gut. Ich will euch keine Angst machen. Ich seh schon die ganzen Screenshots mit den ganzen Gesichtsentgleisungen, ey. Das ist... Oh, ich hasse dieses Paedo-Face, ja. Ja. Naja, egal. Eigentlich könnte ich wieder schlechter... Oh, ich hab los. Ähm. Ja, ansonsten... Ansonsten? Sind wir durch. Das ist aber voll kurz. Ey, das sind immer vier Minuten. Wie haben wir das denn gemacht? Alter. Alter. Alter, Schwige. Die Illuminaten! Oh kütz! Nein! Määäääääääää. Ne. Auf jeden Fall, das war's jetzt. Das war's jetzt! Ja, Alter! Schneidet! Haltet selb ab! Das Video wird so lange laufen. Ihr könnt abschalten, wann ihr wollt. Ich warte. Ok, na, na, nicht viel vorerst sagen, ist das nicht der Erste. Lickenfüller, einfach ganz breit. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon alle Themen da besprochen, wir regeln jetzt eigentlich nur Scheiß und alle Leute, die jetzt so gucken, denken sich jetzt so, Scheiß, warum gucke ich das immer? Halt doch einfach mal, die Fresse. Ne, Leute, das können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, what the fuck, ich gucke gerade auf die Uhr für die vor sechs. Ich bin gespannt. Fünf vor sieben. Du solltest mal die Uhr nachstellen, denn wir hatten Zeitumstellung, na, nicht dann. Ich bin froh, dass ich... Hallo. Ich bin froh, dass ich überhaupt heute wirklich zur Arbeit gekommen bin. Oh Gott. Ja. Glückwitzender. So viel zur musikalischen Einlage. Nice. Ne, wir beenden das Video jetzt, damit ihr euch diesen Scheiß nicht länger anhören müsst. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Tschüss, Leute. Haut rein. Auf Wiedersehen. senhoris...